Heute möchte ich einmal zeigen, wie ich Farbkorrekturen an Videos vornehme, um mehr Informationen sichtbar zu machen, die Qualität der Videos zu erhöhen. Ich habe mir hier zwei Szenen ausgesucht. Die erste eine Dämmerungsszene, die zweite, die wir hier jetzt sehen, eine farblich etwas verwaschene Tagesszene ohne so richtiges Licht. Und an denen will ich jetzt mal schrauben. Dafür habe ich die jeweils immer original und bearbeitete Version nebeneinander gestellt. Und als allererstes zeige ich hier mal den Ablauf, wie das nebeneinander aussieht. Im Moment rechts und links jeweils die gleiche Darstellung. Und jetzt soll es mal losgehen mit der dunklen Szene. Als allererstes füge ich als Effekt aus dem Bereich Farbkorrektur die Kurven hinzu. Und voreingestellt ist dann zunächst der Rotkanal. Ich will aber die Luminanzkurve, Luma, bearbeiten. Und wenn man da jetzt dran rumschiebt, dann ist das im Prinzip eine Gamma-Korrektur. Bei der Gamma-Korrektur ist ein ganz spezifischer Kurvenverlauf. Ich werde hier aber einen individuellen Kurvenverlauf nehmen. Ich ziehe zunächst mal die dunklen Bereiche. Das ist links unten deutlich höher. Und dann die hellen Bereiche etwas runter. Und jetzt kann man schon im linken Video sehen, dass da mehr Bildinformationen zu sehen sind. Wenn man mal so auf den unteren rechten Bereich guckt, das Gras beispielsweise, wenn wir das Video nachher laufen lassen, wird man aber auch sehen, dass natürlich durch die hohe ISO-Zahl, die ich da gewählt habe, deutlich mehr Bildrauschen da ist. Aber ein schönerer, wärmerer Bildeindruck und man sieht mehr von der Lok und man sieht einen schöneren Lichtschein. Der ist so ein bisschen gelblich geworden. Das soll es für diese Szene dann schon mal gewesen sein. Für die zweite Szene, die sehen wir hier nochmal, suche ich mir jetzt mal eine Stelle aus, wo man das auch sehr gut im Vergleich sieht. Ich mache wieder genau das gleiche. Effekt, Kurven hinzufügen und auf Luminanz gehen. Und ich ziehe wieder hoch und man sieht jetzt schon, jetzt werden die Farben aber auch sehr knallig, wenn man das hochzieht. Das heißt, das müssen wir später nochmal korrigieren. Das ist ein bisschen sehr extrem, was die Farben angeht, aber ein viel lebendigerer, freundlicherer Bildeindruck auf jeden Fall schon mal. Jetzt kann man, wenn man mal so auf den Rauch achtet, die Struktur im Hellen nochmal verändern, indem man den oberen Teil der Kurve da so ein bisschen runterzieht. Und ich suche mir da jetzt mal was aus, wie mir das am besten gefällt. Und wenn ich das gefunden habe, werde ich als nächstes jetzt einmal wieder einen Effekt hinzufügen aus dem Bereich Farbe, und zwar die Sättigung. Und die Sättigung ist jetzt bei 125 und die werde ich runterdrehen auf ungefähr so 100. Und mal gucken, was dabei rauskommt. Und als nächsten Effekt werde ich jetzt noch den Kontrast verändern, den füge ich auch schon mal hinzu. Und werde beim Kontrast etwas höher gehen, sodass da ein bisschen mehr Schärfe im Bild entsteht, auf die Art und Weise. Also wenn man jetzt links und rechts vergleicht, nur mal so um die Loknummer rum, war eben schon deutlich mehr zu sehen. Hier hinten in diesem Bereich, da war halt es sehr diesig, da wird es nicht wesentlich besser. Aber je näher die Lok kommt, umso mehr sieht man den Unterschied und dass mehr Bildinformationen einfach da sind und man einen besseren Eindruck von der Lok bekommt. Und zum Schluss werden wir uns die beiden Szenen einfach mal nacheinander in voller Auflösung anschauen. Und zum Schluss werden wir uns die beiden Szenen einfach mal nacheinander in voller Auflösung. Und zum Schluss werden wir uns die beiden Szenen einfach mal nacheinander in voller Auflösung.